Ich meine, wir sollten uns nicht mehr sehen. Ich glaube, es ist Schluss. Okay, es ist mal wieder Schluss. Nicht mal wieder, endgültig. Nun ist wirklich Schluss. Endgültig Schluss. Du kennst doch aussichtslose Situationen, oder etwa nicht? Nein. Wirklich nicht? Kennst du sie wirklich nicht? Wie Vietnam, das hier. Nachdem Robert mit der Frau seine Träume Schluss gemacht hat... Ruf nie wieder bei mir an, okay? Schieß in den Wind. Sehr nett, danke. ...war er Single. Zehn Millionen Menschen hier in der Stadt sind sicher allein. Da dürfte es doch nicht schwer sein, eine perfekte Frau zu finden. Ist das so unmöglich? Er war frei. Ein Anruf, ein Anruf für Mr. Populär, Mr. Populär. Hallo? Er schluckte Vitamine. Haben Sie sich von jemandem getrennt? Tja, dann brauchen Sie C, Magnesium. Er fing an, Sport zu treiben. Eins, zwei, drei, sie fehlt mir nicht! Er traf Verabredung. Alan, Alan, eine verflossene Alan. PD! Alan. Er hatte alles, was ein moderner, junger Mann sich wünscht. Robert Cohen, alles, was du von nun an tust, wird zu deinem Wohlbefinden beitragen. Du wirst dich besser fühlen. Aber er fühlte sich eben. Ich bin jetzt allein, ich brauche keine Pippen. Doch! Soll ich mich etwa selbst in den Schlaf wiegen? Bitte, ich will sie nicht. Okay, hast du noch eine? Columbia Pictures zeigt einen Film von Albert Brooks. Modern Romance. Muss denn lieber Albtraum sein? Und dann wird es noch ein Film von Albert Brooks. Ich bin jetzt noch ein Film von Albert Brooks. Ich bin jetzt noch ein Film von Albert Brooks. Ich bin jetzt noch ein Film von Albert Brooks. Ich bin jetzt noch ein Film von Albert Brooks.